Der Thüringer Ministerpräsident ist der Vorsitzende der Thüringer Landesregierung. Amtsinhaber ist seit dem 5. Dezember 2014 Bodo Ramelow. Rechtliche Grundlagen Gemäß Art 70 Abs 3 der Verfassung des Freistaats Thüringen wird der Ministerpräsident vom Thüringer Landtag in geheimer Wahl und ohne Aussprache gewählt, erreicht. Nach zwei Wahlgängen kein Kandidat, die absolute Mehrheit. Gilt derjenige als gewählt, der in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Nach Amtsantritt leisten der Ministerpräsident und die Minister vor dem Landtag einen Amtszeit. Die Eidesformel ist in Art 71 Abs 1 der Landesverfassung festgeschrieben. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des Volkes widmen, Verfassung und Gesetze wahren. Meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. Der Amtszeit kann gemäß Art ABS 2 der Verfassung mit einer religiösen Beteuerung geleistet werden. Der Ministerpräsident ernennt und entlässt die Minister und bestimmt einen Minister zu seinem Stellvertreter. Er bestimmt die Richtlinien der Regierungspolitik und ist für diese gegenüber dem Landtag verantwortlich. Er sitzt der Landesregierung vor und leitet deren Geschäfte, vertritt das Land nach außen. Er nennt und entlässt die Beamten und Richter des Landes und übt das Begnadigungsrecht aus. Der Ministerpräsident und die Minister können jederzeit zurücktreten, jedoch sind der Ministerpräsident und auf sein Ehr suchen die Minister verpflichtet, die Amtsgeschäfte bis zum Amtsantritt eines Nachfolgers auszuführen. Die Amtszeit aller Mitglieder der Landesregierung endet mit dem Zusammentritt eines neuen Landtags. Einem gescheiterten Vertrauensantrag des Ministerpräsidenten im Landtag oder mit dem Rücktritt oder jeder anderen Erledigung des Amtes des Ministerpräsidenten. Auf Antrag einer Fraktion oder eines Fünftels der Abgeordneten kann der Landtag dem Ministerpräsidenten gemäß Artikel 76 der Verfassung das Misstrauen aussprechen, jedoch nur dadurch, dass er mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt, historische Vorläufer. In der Weimarer Republik wurde ein 1920 DK Sekunden Land Thüringen gegründet. Die 1921 verabschiedete Verfassung des Landes Thüringen kannte keinen Ministerpräsidenten, stattdessen eine Landesregierung, die als Kollektivorgan vom Landtag gewählt wurde und aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden wählte. Dieser wurde in der Regel als leitender Staatsminister bezeichnet. Diese Amtsbezeichnung kommt jedoch im Verfassungstext nicht vor. Das Land Thüringen wurde 1945 durch die amerikanische Besatzungsmacht wiederhergestellt. Als Regierungspräsidenten setzen die Amerikaner den Sozialdemokraten Hermann Brill ein. Gemäß den interalliierten Vereinbarungen räumten die Amerikaner Thüringen und das Land wurde zum 1. Juli 1945 Teil der sowjetischen Besatzungszone. Die Sowjets ersetzten Brill durch Rudolf Paul. Bei den halbfreien Landtagswahlen in der SBZ 1946 wurde die aus der Zwangsvereinigung von SPD und KPD hervorgegangen. SED stärkste Partei und Paul wurde zum Regierungspräsidenten gewählt. Am 1. September 1947 flüchtete aber auch er nach der fortschreitenden Stalinisierung in der sowjetischen Besatzungszone über Berlin-West in die amerikanische Besatzungszone. Seines Amtes wurde er offiziell am 9. Oktober 1947 enthoben und durch Werner Egerat ersetzt. Da die Landtagswahlen in der DDR 1950 als Scheinwahlen durchgeführt wurden, blieb dieser bis zur Abschaffung der Länder in der DDR 1952 im Amt.